Oh Mann, ich musste eben die Schaffsmission noch mal machen, weil die nicht abgespeichert war. Das ärgert mich total Leute, das ärgert mich total. So, wir gucken jetzt aber schon mal hier weiter. Wo gehen wir als nächstes hin? Ja, wir können eigentlich erstmal hier etwas machen. Eines Sphinx mitten irgendwo. Wow! Ok, das war ganz mal so übel. Bis zum nächsten Mal und tschau! 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 Tschau!